Willkommen im Educational Lab. Das Educational Lab ist ein offenes Forschungslabor für neue Formen der Bildung und versammelt innovative Module. Hier werden neue Bildungsformate entwickelt, erprobt und umgesetzt. Das tun wir in den Schwerpunkten Naturwissenschaften, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum und Internationalität. Wir wollen Menschen für Wissenschaft und Forschung begeistern, ihren Erfindergeist wecken und Lust auf Neues machen. Das Educational Lab versammelt eigenständige Bildungsinitiativen mit unterschiedlichen, innovativen Programmen. Die Begleitforschung der Alpenadria-Universität Klagenfurt verbindet die Module und bringt sie in einen gesamtheitlichen Kontext. Wir bieten Raum für neue Initiativen und sind offen für neue Ideen und Angebote.